Servus liebe Harmonika-Freunde! Heute darf ich euch unser Woodpour Premium-Modell in Akazie vorstellen. Diese Harmonika hat 46 Diskantknöpfe, 17 Bassknöpfe und Beschläge in Altsilber. Sie hat einen blauen Dirndlstoffbalg, der sehr edel wirkt. Des Weiteren hat sie unsere bewährten Luxusträger, die edelschwarz geprägt sind. Nun möchte ich euch ein kurzes Hörbeispiel zum Besten geben, damit ihr auch hört, wie gut diese Harmonika klingt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017